Hallo Leute und willkommen bei uns beim Würflorden. Heute möchte ich mit euch gemeinsam wieder mein Glendelstück bauen. Und zwar bauen wir dem dunklen Herrscher ein Monument, das seiner würdig ist und mit dem man ein bisschen seine Dominanz in zukünftigen Herrschaftsgebieten ganz gut darstellen kann. Ich hoffe ihr habt Spaß, schnappt euch eure Bastelsachen und macht's mit. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt ab auf den Basteltisch. So, also wie besprochen wir bauen ein Monument für Sauron. Und das erste was wir dafür brauchen ist natürlich das Anlid Sauron selbst. Und hierfür habe ich mir von Valima Games nochmal den Dark Elden Blacksmith organisiert beziehungsweise den hat und der liebe Jay zukommen lassen für dieses Projekt. Das heißt, ich werde das Ganze in der Situation des Ringschmiedens darstellen. Weil ich persönlich glaube, das wäre die Situation, in der sich Sauron selbst darstellen würde. Weil ihm das einfach entsprechend auch wichtig ist. Das heißt, was brauchen wir alles dafür? Wir hätten zwar theoretisch noch Hammer und Co. Wobei den kleinen Hammer, den nehme ich natürlich noch dazu. So, das heißt, ich habe hier eine sehr sehr große Statue von Sauron. Ich nehme jetzt einfach mal einen Minas Tirith Krieger zum Vergleich. Man sieht wie riesig die wirklich ist. Ich werde hier die Streitkolbenvariante nehmen, um trotzdem das Kriegerische darzustellen. In die andere Hand den Ring. Und dazu halt dann der Amboss. Und da werde ich auch den Hammer dazulegen einfach, damit das noch viel besser passt. Das heißt, das wird einmal die Statue sein, die Sauron darstellt. Aber was braucht Sauron noch, damit das Ganze noch viel monumentaler wirkt? Eine Säule, auf der die Statue stehen wird. Und hierfür habe ich den lieben Marvin angestiftet, dass er mal was mit seinem Heißdrahtschneider schneidet, weil ich selber habe keinen. Und da ist einmal das hier rausgekommen. Das ist die Grundlage für meine Statue. Die genauen Maße davon stelle ich euch nachher als Bild rein. Und zwar war die Inspiration für diese Statue eine Szene aus Harry Potter. Und zwar später, wenn die Todesser das Ministerium übernehmen, gibt es die Situation, wo eine Statue steht, wo die Muggels zerquetscht werden. Und genau das soll hier sein. Und zwar habe ich hier eine Statue, auf der später Sauron natürlich oben stehen wird. So, mal schauen, dass ich das einigermaßen gut alles drauf bekomme. Sauron wird da oben stehen. Und das Spannende dabei wird eigentlich zwischen diesen beiden Platten passieren. Und zwar die Idee ist, dass die freien Völker unter Sauron brechen und erschaudern. Und dafür werde ich es dann so machen. Ich möchte die einzelnen Miniaturen, ich habe mir hier einige aussucht, die die Waffen natürlich alle wegmachen und das sozusagen von ihnen tragen lassen. Das heißt, die Köpfe werde ich dann noch nach unten beugen, die Waffen wegmachen. Ich habe hier noch einen Zwerg, also alle freien Völker, dann noch Rohan. Das sollen aber auch Statuen werden. Also die werde ich dann entsprechend Eisenfarben machen. Also die sollen nicht Gold werden wie die Statue, aber Eisenfarben. Noch ein Rohhirrim, dann ein Hochelbenkiger, den werde ich hier am Rand hinsetzen. Der Vorteil ist, da kann ich natürlich nach unten noch ein bisschen kürzen, je nachdem wie es braucht, dass das alles einigermaßen gleich groß ist. Theoretisch noch ein Waldelb, wenn das passt. Und kniend hätte ich auch noch einen Speerträger. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir es brauchen. Ich glaube mit 5 bis 6 Miniaturen bin ich ganz gut dabei. Wenn ich sage, den Zwerg eher oben, dann hier den Elben. Die jeweils Menschen, so im Dreieck, das heißt 6 Figuren wären das. Das heißt 2, 4, 5, 6, wenn ich alle neben dich da habe, mal schauen wie das Ganze wird. Wobei man der von der Pose her ähnlich ganz reinpasst. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Vielleicht werden es auch nur 4, dass ich sage, an jedes Eck einer. Der zum Beispiel eher so, dass er es auf die Schultern trägt und so weiter. Das heißt, da werde ich mich ein bisschen spielen. Ich habe auch überlegt, ich werde noch ein paar alte Miniaturen von Warlord Games verwenden, die ich dazu habe. Das heißt, ich sollte natürlich auf genug Minis kommen, um auch ein bisschen so Town-Volk hinzubekommen. Da werde ich mich spielen und entsprechend das nach und nach einsetzen. Und das ist genau das, was ich machen werde. Und wenn das erledigt ist, zeige ich euch mehr. So, der erste Schritt war jetzt für mich, dass ich mal den Sauron selbst in Gold anmahle, für die Spitze des Turms und die Träger, die einzelnen, auf die Eisenfarbe. Jetzt werde ich den Turm selbst mal zusammenbauen. Das heißt, den oberen und den unteren Teil. Den oberen Teil werde ich schwarz anmalen und mal den Marmord-Effekt drauf machen, dass ich dann die einzelnen Träger mal fix positionieren kann. Und dann werde ich unten einmal die Ebene ausgleichen. Das heißt, so schauen, dass dann wirklich alle gleich auf und der obere Turm gerade ist. Das heißt, ich klebe von oben an und gleiche das dann einmal aus. Frage wäre, ob es von oben oder von unten schärft. Ich vermute fast von oben, weil ich mir leichter tue, von unten aufzumodellieren. Genau, das heißt, da wieder mal zusammenklebt, schwarz angemaltet und ich zeige euch dann auch, wie der Marmord-Effekt aufgetragen wird. Der nächste Schritt ist etwas schwieriger zu filmen, deswegen hier draußen, und zwar geht es darum, den Marmord-Effekt zu machen. Hierfür habe ich einen Marmord-Effekt-Spray. Der macht ganz dünne Fäden, so in der Art, die dann eigentlich die Maserung des Marmords machen sollen. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu nah rangeht und nicht zu weit weg geht. Am besten immer einmal Probe sprühen und dann mache ich auf die obere Säule mal das Ganze drauf und zwar Abstand halten. Und das ist mein Marmord-Effekt, den ich verwende. Nachdem mein Marmord-Effekt getrocknet hat, habe ich einmal die fünf Figuren unten aufgeklebt und jetzt heißt, das Ganze anzugleichen. Und zwar habe ich einmal hier die eigentliche Position des Ganzen und jetzt geht es darum, den Boden so anzupassen, dass das dann gerade steht. Wenn man sich schaut, so sollte es ausschauen. Das heißt, hier fehlt eigentlich eine Menge Material. Dafür nehme ich jetzt eine Beliermasse und schiebe das Ganze einfach mal auf, bis es gerade steht. Am wenigsten brauche ich hier am Eck, weil da der Elb steht. Das Ganze ist bitte auch für mich ein Versuch und das erste Mal, dass ich das Ganze mache. Das heißt, vielleicht wird es nicht wunderschön, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall gut werden. So möchte ich das jetzt ausschauen lassen. Das qualgt mir nicht gut. Das Ganze ist jetzt gerade. Jetzt nehme ich das nochmal kurz runter, und lasse aber die Fußabdrücke durchwegs bestehen. Aber schau, dass ich das Ganze noch ein bisschen glatt bekomme, damit man es dann einigermaßen gut sieht und nicht zu viele Spalten da sind. Aber nicht zu extrem. Und das wird jetzt mal trocknen und dann wie oben auch bemalt. Darf ich vorstellen, mein Monument für Sauron. Ich habe das unten dann noch schwarz bemalt, also zweimal mit einem Leim-Schwarze-Farbe-Gemisch bestrichen und dann ebenfalls mit dem Marmor-Effekt gemacht und dann zusammengeklebt. Oben habe ich dann einfach noch die Statue von Valimar Games drauf gemacht und schon ist das Monument für Sauron fertig. Man sieht unten die Träger, das passt sehr gut von der Höhe. Man könnte natürlich mehr drunter setzen. Ich habe mich aber jetzt mal für die 5 entschieden. Und oben eben das Gold. Was sehr, sehr cool ist, ist einfach, dass durch dieses Schwarz-Weiß von Marmor extrem gut das Gold oben rauskommt. Und unten die Statuen, die hätten vielleicht mit Kupfer oder Ähnliches bemalen können. Dann wären es auch ein bisschen stärker in den Fokus gerückt. Aber so passt das eigentlich auch sehr gut. Und das Monument für Sauron ist damit fertig. Schlussendlich, ich habe deutlich mehr Angst vor dem Projekt gehabt, als das das schlussendlich dann war. Wie ich dann draufgekommen bin, wie ich das unten machen kann, dass ich das angleiche, ist eigentlich relativ schnell gegangen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und ich bin mega zufrieden mit meiner Statue und ich glaube, die Karte wertet so ein Schlachtfeld extrem auf. Vor allem möchte ich dazu sogar noch ein eigenes Szenario schreiben. Wie die ein oder anderen wissen, arbeite ich ja derzeit an einem Szenariobuch. So würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze noch auf der Platte direkt an, damit ihr da auch noch ein bisschen einen Blick dafür bekommt. Und so stelle ich mir das auf dem Schlachtfeld vor. ein Monument aus Marmor in einer sonst öden Landschaft, gekrönt von einer goldenen Statue des dunklen Herrschers selbst. Einfach ein monumentales Ding, das mitten auf einer Platte steht und so ein bisschen die Aufmerksamkeit zieht und vor allem auch einfach zeigt die Glorie des dunklen Herrschers selbst. Und so mal ein bisschen, wie soll ich sagen, soll so ein bisschen ein Blickcatcher sein und ein Brecher, ein Störer auf so einer Platte, aber ich finde den einfach mega geil. Und wie gesagt, da kommt dann ein Szenario dazu. Wie gefällt euch meine Statue, die ich hier gemacht habe? Es ist ja wirklich ein gewaltiges Ding und mir gefällt es total gut. Ich hoffe euch auch. Das werdet ihr jetzt sicher in den ein oder anderen Battle Report sehen. Ich möchte mich nochmal eben beim Jay bedanken für das coole Modell, dass ich die Statue auch bauen habe können. Und schaut es bei ihm vorbei. Vielleicht interessiert euch sowas auch. Vielleicht wollt ihr jetzt auch eine Statue bauen. Mir hat das Ganze mega Bock gemacht und ich bin froh, dass ich das jetzt beim nächsten Spielbericht auf der Platte auch aufstellen kann. Danke für's Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei uns beim Würflorden. Bis dann. Tschüss.